Hallo, ich grüße Sie. In klassischen Lehrformaten mit einer primär frontalen Wissensvermittlung im Hörsaal und einer anschließenden, selbstgesteuerten Inhaltsvertiefung ergeben sich nach unserer Erfahrung keine zielführenden Anknüpfungspunkte für den Einsatz humanoider Roboter. Die Gründe liegen auf der Hand. Zum einen fallen in klassischen Formaten keine digitalen Nutzerdaten an, auf deren Basis Roboter zum Beispiel Beratungsgespräche führen könnten. Zum anderen bleibt während der Präsenzzeit, die ja für die Wissensvermittlung benötigt wird, kaum Zeit für zusätzliche Aktionen. Selbst ein Live-Voting, was mittlerweile robotergesteuert durchgeführt werden kann, würde nur Zeit von der Uhr wegnehmen, die für die Wissensvermittlung benötigt wird. Naja, und den menschlichen Vortragenden ersetzen und die Inhaltsvermittlung übernehmen, das können die Roboter nach unseren Erkenntnissen ohnehin nicht. Es gibt derzeit keine Mehrwerte für den Roboter-Einsatz in der klassischen Lehre, außer dem schnell verfliegenden Reiz des Neuen. Ganz anders verhält es sich bei digitalen Lehr- und Lernarrangements, wie zum Beispiel dem Inverted Classroom mit einer komplett digitalen Inhaltsvermittlungsphase und einer Inhaltsvertiefung und dem Kompetenztraining gewidmeten Präsenzphase mit einem Mastery-Test als Bindeglied. In derartigen integrativen digitalen Lehrformaten gibt es zahlreiche Möglichkeiten für den Einsatz humanoider Roboter. Zum Beispiel als Assistenten, als Infopunkt für Spezialfragen, als Berater im Rahmen von Sprechstunden oder als Prüfer in mündlichen Prüfungen. All diese Anwendungen haben wir mittlerweile in individuelle Roboter-Apps überführt. Am vielversprechendsten sind allerdings die von uns vorgeschlagenen Classroom-Packages. Diese bündeln mehrere Präsenzaktivitäten und somit mehrere Einzel-Apps zu einem komplexen Paket als kumulative App, über die der Roboter für einen längeren Zeitraum das Geschehen im Seminarraum unter Kontrolle hat. Der Vorteil einer solchen Classroom-Package ist die Übernahme aller organisatorischen Aktivitäten durch den Roboter, der mit seinen Interaktionsoptionen diese Aktivitäten möglichst emotional steuert und dem menschlichen Lernbegleiter Zeit für eine intensive und individualisiertere Betreuung der Lerner verschafft. Die Vorbereitung einer Classroom-Package ist einfach. Über ein Frontend wird ein zugrunde liegendes App-Template bespielt, auf den Roboter geladen und im Seminarraum über Sensoren, gesprochene Trigger oder über das eigene Smartphone aktiviert. Danach agiert der Roboter während der vordefinierten Zeit autonom und spult das vorbereitete Programm ab. Eine erste derartige Classroom-Package ist uReply+. Sie wird über die Plattform uReply der Chinese University of Hong Kong administriert, online mit den gewünschten Daten befüllt und kann auf Robotern des Typs Pepper überall in der Welt eingesetzt werden. Aber nochmal, Voraussetzung ist ein digitales Lehrformat mit einer kompetenzorientierten Präsenzphase und einem menschlichen Lernbegleiter, der bereit ist, die neue Rolle als individueller Berater anzunehmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!